Manchmal braucht es kein Entweder-Oder. Zweisam G'scheit. Also das heißt, dass du beides im Business gebrauchen kannst. Kopf und Herz. Also es ist mir schon wichtig, dass die Sachen irgendwie Hand und Fuß haben. Der Podcast ist für Menschen, die einfach weiterkommen wollen. Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wulle machen es vor. Zweisam G'scheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ihr seid hier richtig bei Zweisam G'scheit von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir, das ist der Georg und ich bin der Wolfgang. Ja, unser Thema, mit dem wir jetzt mit euch sprechen wollen, ist das Thema Personalabteilung. Gut, dass es sie gibt, oder? Und mit dem Oder ist natürlich eine leichte Provokation verbunden, denn in unserer Arbeit erleben wir das täglich, dass so auch die Frage entsteht, welche Rolle hat die Personalabteilung? Wie wertgeschätzt wird sie? Wie wichtig ist sie? Wo ist sie produktiv? Wo ist sie kontraproduktiv? Und ja, Wolfgang, ich war selbst, ich glaube 15 bis 17, 18 Jahre, selbst Mitglied einer Personalabteilung in verschiedenen Unternehmen, aber immer wieder meistens als Leiter Personalentwicklung in Personalabteilungen tätig. Also ich habe die Innenperspektive durchaus und habe aber auch viel mit Führungskräften gearbeitet, wie du auch, und weiß auch, wie die andere Seite aussieht. Warum ist denn die Personalabteilung wichtig im Unternehmen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach aus meiner Sicht. Ich spreche ja immer aus meiner Sicht und meine Sicht muss ja nicht die Sicht von allen sein, kann auch gar nicht, soll und darf auch gar nicht, sondern wir sind ja auch hier, Georg, um auch mal unterschiedliche Perspektiven auch mal einzunehmen. Und wenn ich aus meiner Perspektive die Aufgabe der Personalabteilung, der Personalentwicklungsabteilung, der Personalverantwortlichen, das heißt Verantwortung zu tragen, auch für die Personalentwicklung, dann gibt es für mich einen ganz, ganz klaren Ansatz, dass es letztendlich, was sind denn die wirklich wahren Erfolgsfaktoren eines Unternehmens? Das sind die Menschen und zwar jeder Einzelne. Jeder Einzelne in seiner Einzigartigkeit, wie er ist, weil ein Unternehmen besteht am Ende immer aus einem und das sind aus Menschen und nicht nur aus Maschinen. Das ist das eine. Der Wert jedes einzelnen Menschen ist das, was dann am Ende zum Unternehmenserfolg beiträgt. Also sprich, Menschen sind keine Ressourcen, sondern die Ressourcen der Menschen sind das, auf was es am Ende des Tages ankommt. Und wenn wir dann letztendlich als Personalabteilung vielleicht sogar in eine Ecke gedrängt werden, weil Personalthemen lästig sind, weil Personalthemen oft mit Konflikten zu tun haben, Konflikten, die zu lösen sind, mit den intrapersonellen Konflikten jedes einzelnen Mitarbeiters, mit den interpersonellen Konflikten, die daraus entstehen, dann werden vielleicht sogar politische Spielchen akzeptiert, dann werden vielleicht sogar Zäune um Menschen herum gebaut und dann kriegen wir blökende Schafe. Und das hat Fürster und Kreuz die zweimal so schön definiert. Und das hat mir sehr gefallen, weil das genauso ist. Weil dann hat nicht das einzelne Individuum die Möglichkeit, sich zu entfalten, sein Potenzial zu entfalten. Wie siehst du das denn aus, wenn wir es mal gerade diesen Perspektivenwechsel weiterspielen? Ich bin so perspektivisch Personalentwicklungsverantwortlicher und du bist aus der Sicht der Führungskraft heraus argumentieren und beleuchten diese Rolle der Personalabteilung. Und ich frage mich, welche Rolle der Personalabteilung, welche Rolle hat sie für euch, für euch, für die Führung? Und das frage ich jetzt mal euch, Führungskräfte, ihr da draußen, die uns zuhört, welche Rolle hat sie für euch, die Personalabteilung? Hört doch mal in euch rein. Was ist das, was sie für euch tut? Was soll sie für euch tun? Was tut sie heute? Das sind ja so Themen wie unangenehme Gespräche führen, wenn es irgendwelche Regelabweichungen gibt. Da geht es um Interviews führen bei Einstellungen, zumindest mal in der ersten Runde. Da geht es auch mal um ein Kündigungsgespräch verantwortlich zu führen. Da geht es viel um die Entwicklung der Mitarbeiter. Ja, und wisst ihr, Führungskräfte, mein Eindruck ist, das habt ihr wegdelegiert. Die Führung hat die Personalabteilung erfunden, damit sie die ganzen lästigen Themen los ist und sich ganz auf das Zeug konzentrieren kann, was wirklich Spaß macht. Produkte entwickeln, Technologien vorantreiben, verkaufen, kontrollieren und das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Aber diese ganzen lästigen, der muss drum, der will was, um den muss ich mich kümmern, der hat Probleme, das nervt doch alles. Und dafür haben wir die Personalabteilung erfunden. Das ist stellenweise mein Eindruck. Boah, Georg, da lässt jetzt aber ein Los hier. Findest du? Ja, schauen wir doch gerade mal kurz. Also das war jetzt schon ziemlich. Klartext. Soll ich denn Klartext sprechen? Ja, du hast ja, du hast gerade schon Klartext gesprochen. Du hast ja nicht den Knopf gedrückt. Also das ist schon Hammer. Ja, also, ja, ich glaube wirklich, dass die Personalabteilung sich so entwickelt hat. Vielleicht war das früher mal eine gute Intention. Also in dem Sinne, wie du es denn die Eröffnung gemacht hast. Im Sinne von, Mitarbeiter sind mehr als unsere wichtigste Ressource. Sie sind die Menschen im Unternehmen, die eigentlich das Unternehmen sind, was ist eine Organisation anderes als ein Zusammenschluss von Menschen. Von daher sehr naheliegend. Ich glaube, es hat sich aber in eine Richtung entwickelt, wo die Personalabteilung viel von der Führungsarbeit übernimmt, Dinge tut, die die Führung tun sollte. Und damit wird die Personalabteilung kontraproduktiv, weil sie nimmt die Verantwortung, die bei der Führung sein sollte, der Führung weg. Erlebst du das so draußen, wenn du jetzt am Arbeiten bist in Unternehmen? Ist es so jetzt dein Glaube, dass es so ist? Oder erlebst du das so? Hast du vielleicht sogar ein Beispiel dafür? Naja, ich habe 17 Jahre ungefähr plus minus wirklich erlebt von innen heraus. Als Mitglied der Personalabteilung habe ich das erlebt, wie gerne eben. Und da suche ich nicht nur die Verantwortung bei der Führung, sondern auch bei der Personalabteilung selbst. Nämlich, es ist ja auch, ich bin jetzt also Personalverantwortlicher, ich habe einen Geschäftsbereichsleiter als meinen internen Kunden, ich bin sein Businesspartner, seine Businesspartnerin und ich will natürlich meinen Job machen. Ich will auch mich positionieren da drin. Also, wenn dann mein Chef kommt und zu mir sagt, ja, mit dem Mitarbeiter so und so, da gibt es immer so Probleme, was können wir denn da tun? Da hätte doch jetzt eigentlich der Personalverantwortliche zwei Möglichkeiten, wie er da drauf verantworten kann. Er könnte sagen, ja, ich kümmere mich drum, Chef. Oder er könnte sagen, das ist doch eigentlich dein Job. Ja, jetzt streichen wir mal das eigentlich raus, weil das ist dann sein Job. Und auch der Chef ist ja Personal. Mal das so Personal nehmen. Das heißt, dann ist ja unter Umständen auch die Aufgabe des Personalverantwortlichen, auch dem Chef vielleicht dabei zu unterstützen, dass er diese Gespräche selber führen kann. Also sprich, dass er auch seine Verantwortung, die er hat, auch übernehmen kann. Also sprich, dass auch er sich weiterentwickeln kann. Okay, einverstanden. Dass er Tools hat, dass er einfach weiß, wie. Oft schieben wir ja Dinge von uns weg. Das weißt du ja, auch so die nicht so Ordnungsliebenden, die zwar Ordnungsliebe haben, so wie ich. Ich mag die Ordnung, aber ich habe da gerne jemanden, der das macht. Es ist nicht so mein Ding. Manche Dinge, die schiebe ich dann gerne ab oder die delegiere ich gerne. Aber nicht einfach nur delegieren und sagen, mach du das mal, weil ich keinen Bock habe da drauf. Sondern mir jemanden zu suchen, der da Spaß dran hat. Der genau sein Potenzial dort in diesen Dingen hat und aufblüht dabei. Wir können nicht alle an allen Dingen Spaß haben, die es in einem Unternehmen zu tun gibt. Und die Personalentwicklung ist doch dann auch dafür da, die Vorgesetzten oder die Führungskräfte, die Leaders in einem Unternehmen, dann auch dabei zu unterstützen, dass auch die sich entwickeln können. Weißt du, ja, genau. Ganz genau. Genau da will ich eigentlich hin. Nämlich sagen, was ist denn dann die Rolle, wenn sie, nehmen wir mal an, die Rolle wäre eben nicht die Verantwortung von der Führung zu übernehmen in Personaldingen, sondern die Verantwortung soll bei der Führung bleiben. Aber welche Verantwortung hat dann die Personalabteilung? Welche Verantwortung hat sie dann in diesem Zusammenspiel? Und das kann das doch eigentlich nur das sein, was eigentlich auch diese Idee von dem ganzen Business-Partnertum ist. Da gibt es ja den amerikanischen Star-Autor, Dave Ulrich heißt der, der hat diese ganzen HR-Bücher geschrieben. Und der hat diesen Begriff des Business-Partners erfunden. Der Partner des Business. Und die Idee dahinter ist natürlich eigentlich genau die richtige. Dass nämlich der Partner des Business die Führung darin herausfordert, sie challenged, sie nicht einfach, nicht nur den vorauseilenden Gehorsam lebt. Das habe ich ganz oft erlebt. Also praktisch schon, wir haben dazu früher mal in der Firma, wo ich war, gesagt, den Educated Guess. Da wird mir heute noch schlecht, wenn ich daran denke, an diesen Ausdruck. Da wurde sogar von uns gefordert in der Personalabteilung, ihr müsst den Educated Guess leben. Was heißt denn das? Vielleicht würde ich das mal übersetzen. Ja, wörtlich übersetzt würde, das heißt, das ausgebildete Raten. Also ihr sollt in bester Weise erraten, was eure Führungskräfte von euch wollen, damit ihr es schon tut, bevor sie überhaupt den Mund aufmachen. Ja, so ein Unternehmen habe ich mal tatsächlich gearbeitet. Echt? War das der Vorläufer von Wer wird Millionär? An sonstigen Rateshows? Das war echt so ein Rateshows. Weil wenn wir erraten wollen, was der andere denkt oder was der andere fühlt oder wo er gerade steht, dann raten wir meistens falsch. Aber schaut, das sind Fehlentwicklungen, die im Personalwesen passiert sind. Ich sage nicht, dass das bei anderen auch so ist oder dass das überhaupt eine Tendenz ist, aber die Idee des Businesspartners, wenn die Führung ihre Rolle gerecht werden soll, nämlich zu führen, dann kann ja die Rolle der Personalabteilung nur darin sein, die Führung daran zu erinnern und darin, wie du sagst, entwickeln, zu coachen, aber auch zu challengen, das zu hinterfragen, zu fragen, sag mal, mein Gefühl ist, ich erfinde jetzt einen Namen, mein Gefühl ist Norbert, du möchtest jetzt, dass ich eine Aufgabe übernehme, die alle eigentlich am besten bei dir angesiedelt wäre. Was denkst du dazu? Und dann miteinander in Dialog gehen. Ich glaube, da sollte die Aufgabe der Personalabteilung sein. Und ja, jetzt ist die Frage, okay, so im Bereich Tipps und Tricks, Führungskräfte, was könnt ihr tun? Ich denke, was ihr wirklich tun solltet, ist, fordert eure Personalabteilung heraus, findet heraus, ob ihr so starke Partner innerhalb der Personalabteilung habt, die bereit dazu sind, diesen Dialog zu führen, die diesen Dialog mit euch führen würden. Wolfgang, stell dir vor, du bist Personal, sagen wir Businesspartner, nicht Personalleiter, sagen wir, du bist Businesspartner in einem Unternehmen. Und deine Führungskraft würde dich herausfordern und würde dich fragen, nicht sagen, Wolfgang, mach das doch mal für mich, sondern sagen würde, sowas wie Wolfgang, was soll ich denn jetzt tun? Was machen wir denn jetzt? Wie würdest du reagieren? Also das Zweite gefällt mir viel besser, nämlich die Frage, was tun wir denn jetzt? Wie können wir das denn gemeinsam lösen? Dann würde ich ihn fragen, was brauchst du denn dazu, dass du es lösen kannst? Wo stehst du denn gerade in deiner Lösungsidee dafür, in der Umsetzung? Was brauchst du? Was brauchst du selber, um es jetzt tun zu können? Das wäre dann die Rolle des Coaches auf jeden Fall. Ja, ich denke, wir sind dann, wenn wir mal über die Rolle sprechen, der Personalabteilung oder der Personalverantwortlichen, dann haben wir sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Rollen. Wir haben die Rolle vielleicht des Coaches, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher, wir haben die Rolle des Coaches, wir haben die Rolle des Trainers, nämlich dann auch Skills, die wir wissen, die helfen können, dass ein Leader, eine Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit das dann selber lösen können. Und dann haben wir noch bei fortgeschrittenen oder bei eskalierten Konflikten auch noch die Aufgabe des Mediators, das heißt der vermittelnden Aufgabe, der neutralen Position. Also wir sollten auch als Personalverantwortliche eine neutrale Position einnehmen können und vor allem die ihn auch einnehmen dürfen, ohne dass dann wiederum von der Führung kommt, ja du bist ja gar nicht für mich. Da geht es nicht um für etwas oder gegen etwas, sondern da geht es dann auch darum, wirklich zu verstehen, was hat zu dieser Auseinandersetzung, zu diesem Konflikt geführt, um dann dabei zu helfen, als Mediator, dass die beiden Parteien sich wieder finden können, dass die Parteien wieder als Partner, das ist ja schön gesagt, dann auch als Businesspartner unterwegs sind. Wenn ich so, ja finde ich super, aus der Sicht der Führungskraft, muss ich dir sagen, das klingt mir jetzt schon wieder zu sehr nach Personal. Alles was du sagst, das ist wieder so Weihspülgang, hier und miteinander und tralala und hinten und vorne und alles nur fair und so, aber das Leben ist hart. Stopp, Georg, stopp. Das Leben ist hart. Wir müssen uns überlegen, du hast gerade gesagt, das klingt wieder so nach Miteinander. Ja. Ja hallo, wo wollen wir denn unterwegs sein? Das macht mich echt sauer, wenn ich solche Dinge höre und wir stellen ein Miteinander und Füreinander in Frage und sagen, dann akzeptieren wir lieber länger nebeneinander und gegeneinander. Also ich sehe schon, Wolfgang, meinen Test, weil er als Personalverantwortlicher würde unter Umständen nur bestehen, weil ich will einen, der mich herausfordert und mir nicht irgendwelchen Honig ums Maul schmiert. Genau und deswegen tue ich das genauso, weil darum geht es nämlich. Wir wollen ein Miteinander und ein Füreinander und akzeptieren Zustände im nebeneinander und gegeneinander. Und das geht nicht. Ich arbeite mit einem Unternehmen jetzt seit ein paar Jahren zusammen und gestern hatte ich mit dem Personalverantwortlichen gesprochen und der sagt, was mir unglaublich gut gefällt, es fruchtet. Sag ich, was fruchtet? Wo erntet ihr Früchte? Da sagt er ja, weil sich jetzt mittlerweile dieses Füreinander und Miteinander in den Köpfen begonnen hat einzuprägen und nicht nur in den Köpfen, sondern vielleicht auch in den Herzen der Menschen. Und wir reden immer von einem Herz eines Unternehmens und wir reden immer vom Herzstück des Unternehmens und wir sollten das Miteinander und Füreinander nicht als esoterischen Kram sehen oder als irgendwelche Weichspülerei, sondern wenn wir sagen, Menschen sind die Ressourcen eines Unternehmens, aber die Menschen und der Mensch ist nicht die Ressource, sondern die Ressource des Menschen ist das Wertvolle. Dann müssen wir nämlich genau da hinkommen und sagen, okay, und was können wir dafür tun, dass diese Ressource auch wirklich ihren Wert hat? Und da erwarte ich, dass die Personalabteilung die Führung wirklich herausfordert, denn eine Rolle hast du nicht erwähnt und das ist für mich die allerwichtigste. Das ist die Rolle des Halekin. Die Rolle des Halekin. Wer sagt denn der Führung, wer getraut sich, wenn nicht die Personalabteilung, wer getraut sich, der Führung Kontra zu geben? Es gibt doch nur einen, außer natürlich der Ehefrau oder des Ehemannes, der Führungskraft, gibt es ja nur einen, der das sich wirklich getrauen kann. Das ist die Personalabteilung, wenn nicht die, wer denn? Denn die haben den Auftrag dazu. Das gefällt mir. Georg, das gefällt mir sehr, weil es gab, als es noch Könige gab und Königshäuser gab, also ich meine es nicht über das Königshaus, das gerade weltweit immer wieder geschrieben und diskutiert wird, sondern ich meine so früher im Mittelalter, da gab es einen einzigen zu Hofe, der dem König wirklich die Dinge sagen durfte, wofür andere geköpft wurden. Genau. Und das war der Halekin. Und das finde ich, also auch alles andere, was du gesagt hast, das Unterstützende, aber da muss es anfangen, denn die Klarheit ist die Voraussetzung, wir haben ja auch schon über Klarheit gesprochen im Podcast, die Klarheit, dass die Führungskraft weiß, was eigentlich läuft und dass man ihr nicht nur nach dem Mund redet, sondern Klarheit macht, damit sie Orientierung hat, damit sie weiß, in welche Richtung es gehen kann und dann all das, die Personalabteilung, Personalentwicklung mit der Führungskraft, die Führungskraft entwickeln und so weiter, an den Menschen, damit sie ihre Verantwortung wahrnehmen, das braucht aber erstmal die Klarheit. Und dazu brauchst du einen Halekin, da brauchst du einen Businesspartner, jetzt kommt der Schlimmer Versprecher, gerade mal um die Kurve gekriegt, das wäre ein schlimmer Versprecher. Dann, ja, da brauchst du einen Businesspartner, einen Halekin, der einfach sagt, und ich bin auf Augen hier und denke, Führung, Leute da draußen, nehmt eure Businesspartner bei der Hand oder vielmehr, lasst mal die Hand momentlos und guckt denen mal in die Augen und fragt, hör mal, bist du, reden wir hier auf Augenhöhe. Nicht ich mit meinem Serviceprovider, sondern ich mit meinem Partner auf Augenhöhe. Das will ich. Das ist eigentlich alles, was ich heute wollte, Wolfgang. Das war alles, worauf ich heute mache. Super. Hey, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, guck selber auch. Wahnsinn. Es ist die Zeit für den Gescheit-Moment. Aus der Perspektive der Führung sage ich zum Thema Personalabteilung gut, dass es sie gibt oder ja, es ist super, dass es sie gibt. Personalabteilung, ich wünsche mir von dir, sag mir, sei der Spieglein an der Wand und sag mir, was da draußen läuft. Ich brauche dich dazu, weil sonst schenkt mir keiner rein, Wein ein. Und ich aus der Sicht der Personalentwicklung, aus der Sicht der Personalverantwortlichen sage dir in Richtung Führung, Personalentwicklung muss gewollt sein, muss auch stattfinden dürfen, muss auch ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur sein, weil sonst funktioniert es nicht. Und das wünschen wir uns, dass wir nicht immer nur mit Aufgaben betraut werden, die lästig sind, sondern dass wir gemeinsam Führung und Personalentwicklung die Verantwortung dafür übernehmen, für die wertvolle Ressource des Menschen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir auch noch ganz viel. Manchmal darf man auch Wünsche haben und Wünsche können auch in Erfüllung gehen, wenn wir sie wollen. und du weißt ja, nur wer macht, hat die Macht etwas zu verändern. Deswegen denkt mal drüber nach draußen. Wir würden uns freuen auf eure Feedbacks. Wie ihr das seht, schreibt einfach an info.at.zweisamtscheit.ch So, Georg, das war mein Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim Zweisamtscheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Das waren der Georg und der Wolfgang und ich sage Tschüss. Tschüss. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisamtscheit, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt es mehr Zweisamkeit in Zweisamtscheit.